hey leute was geht ab hier ist der kelvin und herzlich willkommen zu diesem total spontanen video in dem ich euch erklären will wie man in lightroom aus einer tagaufnahme eine nachtaufnahme machen kann ja ob ihr das braucht keine ahnung aber ich finde es cool ich habe das eben gerade schon ein paar mal gemacht mit ein paar bildern und es ist noch nicht perfekt also ihr solltet da auf jeden fall noch ein bisschen fine tuning durchführen wie zum beispiel jetzt bei diesem bild das sind ja nachts die lampen aus das kann ja nicht sein also hier hinten da ist noch so eine lampe die kann man auch anklicken aber das sieht schon spannend aus und das geht in wenigen minuten eigentlich fast überwiegend nur mit dem radial filter also das bild ist jetzt zum beispiel eine bearbeitete nachtaufnahme hier habe ich noch mal eine erstellt und da alles so ein bisschen unterschiedlich und ich will jetzt zeigen wie das ganze funktioniert denn original sieht es so aus alter ich finde das geil es ist noch nicht ganz realistisch und ganz perfekt aber hey das ist doch schon mal eine gute grundlage oder und ich zeige dir jetzt wie du das eben machen kannst ich hoffe ich kriege das jetzt noch mal hin denn ich habe es jetzt nicht groß geübt ich habe das jetzt zwei drei mal mit verschiedenen bildern gemacht ja legen wir mal los also ich werde als erstes mal hier das bild ein bisschen beschneiden und was ich eigentlich immer anlege ich habe so verschiedene cinematic looks die das bild so ein bisschen rauer machen ich glaube nicht dass man den braucht legen wir ihn nur mal hier mit 50 prozent drüber beziehungsweise komm lass mal hier zurücksetzen und noch mal neu machen wir arbeiten mal ohne looks sonst heißt später ja kelvin der eine look also der hat es ja gemacht so das prinzip ist eigentlich total easy in der nacht ist es so dass alles ein bisschen kühler ist also gehen wir erst mal hier ins kühlere rein auch so ein bisschen leicht grün mit dazu das können wir später noch feintunen aber das schon mal so der erste schritt der zweite schritt ist der erste radial filter also wir brauchen ganz viele von diesen radial filtern aber wir fangen jetzt mal mit dem ersten an ich ziehe hier mal einen kreis und dunkel mal alles drumherum ab das machen wir jetzt mal so ein bisschen extremer und das hier ist jetzt der schein von dem mond den ich gleich erstellen werde okay also drumherum alles abdunkeln jetzt machen wir einen neuen radial filter und den neun den wir jetzt aufziehen der muss auf jeden fall das ganze bild heller machen innen das heißt das soll jetzt der mond werden mit shift und alt kriegt man einen schönen kreis hin und den machen wir jetzt mal richtig hell so da muss man schauen dass die kante nicht zu weich ist aber auch nicht zu hart also ich gehe jetzt mal hier unten ins untere drittel vielleicht müssen wir das später noch ein bisschen experimentieren jetzt klicke ich mal auf den radial filter und guck mal wie das aussieht ja das ist schon mal nicht schlecht also so hat man im prinzip schon mal einen mond vielleicht machen wir ihn noch ein bisschen kleiner und wir tun ihn mal weiter nach da oben so das ist die abdunklung und die kümmer vielleicht sogar die abdunklung noch ein bisschen intensiver machen und vor allen dingen sollten wir die lichter abdunkeln und das weiß also das muss halt dunkel sein und wie gesagt hier kannst du noch mal so ein bisschen ins blaue ins kühle gehen dass es noch mehr abgedunkelt wird also es muss gleich noch dunkler sein aber wir müssen aufpassen dass wir diesen verlauf nichts zerhauen also ich empfehle dir mit weiteren verlaufs filtern die findest du hier damit noch das bild abzudunkeln das heißt hier unten jetzt abzudunkeln und immer daran denken durchaus hier noch ein bisschen ins blaue gehen so in etwa da kann man von links hier noch mal ein rein ziehen vielleicht nicht ganz so extrem das ist das was ich meine da muss man so ein bisschen experimentieren der rechner fängt jetzt auch schon an hier zu pfeifen so in etwa aber das wird schon vielleicht auch in der nacht sind ja auch die farben nicht ganz so gesättigt vielleicht mal hier noch ein bisschen entsättigen und was ich auch noch wichtig finde warte mal der hier muss glaube ich ein bisschen dunkler werden noch da können wir auch wieder das weiß runterziehen wir müssen eigentlich immer weiß runterziehen genau ach eine sache habe ich noch vergessen in der nacht ist es so dass durch das schummrige licht alles ein bisschen weicher aussieht also den klarheit regler jetzt nicht nach rechts ziehen sondern eher nach links ziehen und dann siehst du schon wie alles so ein bisschen weicher wird das gefällt mir jetzt schon viel besser das blau ist mir noch ein bisschen zu arg wir gehen mal in die richtung und was ich auch noch gemacht habe mit dem radial filter hier habe ich noch so verschiedene bereiche aufgehellt wo das mondlicht so ein bisschen hinkommt also vielleicht so ein bisschen in diesen bereich da hinten rein da ist noch so eine kleine fassade die kriegt vielleicht von dem mondlicht noch ein bisschen was ab hier unten kommt vielleicht kein mondlicht hin das löschen wir wieder ja also so habe ich im prinzip das ganze bearbeitet das ist jetzt wie gesagt noch nicht perfekt wir schauen uns noch mal das andere bild an also so hatte ich es vorhin da war viel mehr grün mit drin also hier bin ich jetzt mehr ins blau gegangen da war noch ein bisschen mehr grün mit drin und da war es auch ein bisschen matter genau das ist vielleicht auch noch so ein tipp wir müssen mit der sättigung noch runter und zwar mit der kurve wenn du jetzt mal hier auf die gradations kurve gehst dass du hier das ganze noch so ein bisschen dumpfer machst so ein bisschen matter machst indem du der kurve ja so ein look in etwa gibt genau das waren die bilder hier noch mal ganz anderes das eigentlich noch sehr hell und dann habe ich noch eins gemacht davon jawohl also probiert einfach mal aus ist wie gesagt nur eine vorlage in drei bis fünf minuten machbar macht es gerne besser wie ich das gemacht habe ich fand es cool ob es braucht oder nicht keine ahnung aber ich wollte es euch auf jeden fall mal zeigen lassen daumen nach oben da abonniert den kanal und dann verpasst ihr keine weiteren videos danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal